Hallo zusammen, ich bin die Lea, ich bin im vierten Lehrjahr als Formenbauerin und ich zeige euch heute, was der Beruf Formenbauer genau ist und was es so alles beinhaltet. Was mir persönlich eigentlich immer am meisten gefällt ist, wenn ich etwas hergestellt habe und ich das nachher auspacken kann und sehe, ob das Gesamtergebnis gut kam. Drei Wörter, die meine Lehre als Formenbauerin gut beschreiben, sind zum Beispiel Kunststoff, Genauigkeit und alles, weil wir so ziemlich fast alles herstellen können und nicht zu uns quasi keine Grenze stehnt. Ich würde sagen, wer nicht so Geduld hat und auch nicht zu fern genau schafft, der ist vielleicht die Formenbauer an den falschen Stellen, aber wir müssen jetzt mal reinschauen.